Hallo? Ist hier irgendjemand? Beste Überraschung! Oh Leute, ihr habt euch an mein Geburtstag erinnert. Kuchen, Pizza, Chips und Dip. All das, was ich mag. Komm schon, lass uns die Party starten. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Bruce Gang und wie ihr seht, ist das komplette Spiel auf Englisch. Ich werde versuchen, dass sie übersetzen. Ob es klappt, garantiere ich nicht. Wollen wir mal gucken, wie es wird. Wir werden sehen. Na, dann würde ich sagen, lass uns die Party starten, ne? Alles Gute zum Geburtstag, junger Kumpel, Kumpel. Komm schon, lass uns die Kuchen anschneiden. Okay. Können wir die Kuchen anschneiden? Schauen wir nicht. Hopi-plop-dop. Okay. Swap. Alles klar. Verstanden. Hat wohl ne Wolke hier im Mund. Happy Birthday, Wolke. Äh, Moment. Der Geist von unten möchte gerne zur Party kommen, aber sie hat keinen Körper, mit dem sie gehen kann. Okay. Alles Gute zum Geburtstag. Ich trage heute ein Speziales Outfit, nur für deine Party. Also, das ist heute meine Hose an. Alles Gute zum Geburtstag. Ähm. 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 Macht mein Herz, äh, mein Kopf lose. Okay. Ähm. All dieses Essen, keine Ahnung, macht meinen Kopf lose. Okay. Ha. Nicht wirklich. Ähm. Er würde einfach nur davon rollen. Okay. Oder irgendwo hinrollen. Ähm. Alles Gute zum Geburtstag. Du siehst nicht älter als 115 aus. In Hundejahren. Hier unser Geburtstagskind. Ähm. Du darfst den Kuchen anschneiden. Äh. Ich danke euch allen. Äh. Alles Gute zum Geburtstag. Und hier ist noch einiges mehr. Helden. Oh no. Wolfgang. B-B-B-Bitte. Hört auf. Die waren wohl nicht eingeladen. Was? Was? Was ist passiert? Wie lange war ich ohnmächtig? Der Turm. Äh. Äh. Ich weiß nicht, dass die Stride heißt. Entschuldigung. Es war... keine Ahnung. W-Wolfgang. W-Wolfgang? 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 T-Bild depicted. Jeff-They destroyed. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ähm. Der Dunkele Lord. Du musst uns helfen. Die Helden haben das getan? Und der Dark Lord was defeated, heißt das.. Ähm. Okay. Avenge, also Wolfgang. Rest easy, my friend. Oh, der ist gestorben. Ich werde uns allen retten? Helfen? Finden? Keine Ahnung. Wie gesagt, Englisch ist nicht gut. Ähm. Gut. So, hier ist das Menü, ne? Okay, wir haben hier ein Item. Wir haben 107 MP. MP haben wir 128. Wie sind es für Level 5? Warum sind wir Level 5? Ähm. Okay, ähm. Wir haben kein Gold. Und wenn das hängt... Ah, okay. Ich war dumm. Gut. Skills. Berserker Slice. Okay, haben wir 20. Äh, Alice Euphorie upon me. Okay, ne, wir können noch nichts auswählen. Gut. Irgendes Equipment. Ähm. Gut. Wir haben zwei Waffen. Zweimal den Iron Dagger. Ähm. Und eine Lederwester. Okay. Gut. Oh, was hab ich gemacht? Okay. Ich hab irgendwas komisches gemacht. Egal. Ähm. Option. Save. Endgame. Alles klar. Ähm. Also. Okay, ich sollte nach Überlebenden in den Turm gucken. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal direkt den roten Teppich entlang und da haben wir schon den ersten Kandidaten gefunden. Hat hier überhaupt jemand überlebt? Äh. Bin ich allein? Guck, dann ist er zu rauig, Honey. Hier unten. Du bist am Leben. Baby. Ich bin untot. Ich habe nicht gelebt seit 74 Jahren. Sei doch ein nettes Mädchen und äh, bauen mich zusammen. Setz mich wieder zusammen. Ja. So gut wie neu. Danke, Honey. Gut. Äh. Äh. Wer bist du, Darling? Welcher Flur bist du? Äh. Und wo? Von wo bist du? Ähm. Ist da eine Tragödie? Aber nee. Ich bin's. Pleasure. It's a pleasure. Tragödie. Ich glaube, ich bin keiner anders. Äh. Ich bin Scarlet. Floor 89. 89? Das ist ja unglaublich. Ähm. Du bist wohl eine Überraschung. Ähm. Du machst mich ganz verlegen. Ähm. Bitte. Und ähm. But I prefer the world. Äh. Okay. Aber ich, ähm. Verlange das wohl Superstar. Also wie nennt man das? Ähm. Nenne mich Superstar. Oder? Ja. Äh. Äh. Okay. Äh. Freut mich dich kennenzulernen Scarlet. Aber ähm. But I just. There's no point in the city around here. Ähm. Aber ich mein. Das ist jetzt nicht der Punkt. Ähm. Wo sind alle hingegangen? Hä? Wo alle sind? Komm, wir räumen hier auf. Aufräumen? Was können wir tun? Der Tower ist eine Ruine und der Darklord ist tot. Und. Und. Wer bist du, dass du denkst, dass... Also. Ne. Äh. Und wem gehört dieser Ort? Ähm. Könnte es gibt ab, wenn du es nicht sagst. Vor der Poch. Okay. Ähm. Okay. Ist es Zeit, es wieder aufzubauen? Entschuldigung. Mein Englisch ist echt scheiße. Ähm. 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 Ich bin ein Level 5 Wolf. Mann. Äh. 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 Ich kenne keinen Weg, einen Tower des Darklords wieder aufzubauen. Hör zu, Honey. Ich kann das nicht ohne deine Hilfe. Und. Ähm. Ähm. Und du kannst mir die ganzen... Das wird mir absammeln. Auch das ist ja. Wir können ein bisschen von diesem Zeug hier aufheben. Und dabei kannst du mir helfen. Okay. Oder sowas in der Art. Äh. Sicher. Ich denke schon. Okay. Ähm. Ähm. Wir suchen ein paar andere Monster. Und äh. Und du gehst, ähm. Neue Rekruten für unsere Armee suchen. Finde ein paar Monster, die uns helfen können, den Tower wieder aufzubauen. Ähm. Ist... Drei sollten erstmal genug sein. Geh schon. Hopp. Okay. Er ist tot, ne? Den können wir nicht rekrutieren. Okay. Er sagt nichts mehr. Also, let's go. Ähm. Wie gesagt. Entschuldigung nochmal für meine blöden Englischkenntnisse. Hier ist ein Kitty. Ah. Was ist das für eine süße Katze? Brrrrrr. Hey. Äh. Wie habt ihr was hier gelassen? Small Potion. Okay. Wir haben eine kleine... einen kleinen Haltrand gefunden. Äh. Äh. Wir gehen zu. Äh. Gentle piece farm. Gentle piece farm. Äh. Ich bin sicher, wir werden hier ein paar finden. Aber... Ich sollte vorsichtig sein. Es mag zwar aussehen wie eine friedvolle Farm, aber... Ich habe kein gutes Gefühl bei diesen... Äh. Security-Menschen. Wachläuten. So. Können wir uns nicht hier durchsinken? Äh. Ach scheiße. Wir müssen uns echt da vorbeilatschen. Okay. Hast du das gehört, dass... Äh... Hast du das gehört, dass... Dass die... Ähm... Helden den Ton zerstört haben? Ähm... Dass wir... Äh... Hausgemachtes Teramisu bekommen? Ein Monster! Wie? Haben die... Äh... Helden nicht alle getötet? Was? Was ist denn? Okay. Äh... Ich... Denke, er war nicht zu Hause, als... Keine Ahnung. Ähm... Komm schon, lass uns den... Einfangen. Okay. Attaccaaaa! Oh Gott. Äh... Ja, vielleicht, ne? Gut, ähm... Attacca... Äh... Ist hier... Die erste. Ähm... Ich muss sagen, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, was man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Okay... Okay... Ich weiß noch nicht, wie ich mich schützen kann. Vielleicht kommt das ja noch... Ja, besiegt... Ah, die viele Teils besiegt... Alles klar. Entschuldigung. Wie gesagt, mein Engel ist nicht grad das Beste. Okay... Ich denke noch ein, zwei Mal, dann würde er ja auch down sein. Okay... Genau... Ähm... 200 EP. Wir haben eine... Zweimal eine kleine Heiltrank gefunden. Tolles Deutsch. Jetzt... Gehen wir weiter. Ich denke, da wo Blitz hat, können wir ja was rausholen. Hey, Harold! Geh hier! Geh hier! Geh hier! Geh hier! Pass auf! Ähm... Pass auf! Der klaut! Okay... Hä? Ein anderer? Haben nicht die Helden alle getötet? Äh, okay... Okay... Die Kühlen werden natürlich auch hier... Haben keine Gnade... Attack... Wie hab ich gesagt... Was? Wie hab ich denn noch... Wie hab ich denn noch... Wie hab ich dann noch... Okay, die geht echt viel happen... Wie geht das wo... Wir haben eine T организ umfassernen... Wo? Die sind jetzt losgehalten... Untertitelung. BR 2018 Für die brauchen wir ja länger als für die Wachleute. Sind die gerade ausgewichen oder ist sie ausgewichen? Oh, wir haben einen Gold gefunden. Also wir haben eine große Haltrand gefunden. Wir sind jetzt Level 6. Und wir haben den Tonado Blade gelernt. Okay. Wie? Wie konntest du mich besiegen? Ich werde dich beim nächsten Mal umbringen. Danke, dass du mich gerettet hast. Aber warum bist du hier? Ist es zu gefährlich, hier rumzugammeln in der Menschen-Siedlung, nachdem der Tower gefallen ist? Ich konnte fliehen. Der Farmer hat mich entführt. Aktuell suche ich Hilfe, um den Turm wieder aufzubauen. Ein Skelett und ich haben den Dark Lord Angriff, sag ich mal, überlebt. Und nun suche ich eine Armee. Gut. Ich werde euch beitreden. Pass auf. Hier ist er, der. Okay. Ich werde dich im Turm finden. Nicht damit, ja. Oh Gott, ey. Mein Engel ist scheiße. Okay, wir haben den ersten Krikot für unsere Armee gefunden. Gut, jetzt lumpen wir erstmal. Eine Karotte. Graves sind... Keine Ahnung, Früchte. Äh, Shirin Blade, okay. Noch kurz den Nuss gehen. Danalo Blade, okay. Ah, okay. 50 Angriff. Äh, MP. Genau, Escripment. Optimize. Gut, können wir jetzt auch Angriff... Können wir jetzt auch, ja. Kurzer machen. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ein Apfel. Fünf Holz. Bären. 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 Bären, okay. Da haben wir den nächsten Rekrut. Hey, hey, hey. Bären. 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 Und eine große... Hier liegt der Ozean. Ich würde... Ich morf es... Okay. Ich überfliege das nur gerade. Müssen wir jetzt erst noch die Oma da klatschen? Ja. Klatschen, Oma. Verrat das bloß, Kai. Oh, das ging ja flott. Und den Gold gefunden. Wir haben Fell gefunden, okay. Bären. Hier ist nix drin. Okay. Geht weg. Husch. Jetzt wird da kommen aber wahrscheinlich nicht drum rum. Weil ich will da an den Baum dran. Farmer attack. Okay. Wir sagen ja... Kämpfen. Skills. Wir nehmen mal die Dornado Blade. 164 Schaden. 05 Schaden. 2 2 3 2 4 3 3 5 3 4 Hallo? Okay, da ist noch eine Wache. Komm mal ins Holz dran. Ja, noch mal fünf Holz. Da ist noch ein Blob. Wenn ich den jetzt einfach mal, den holen wir uns mal kurz. Oder rekrutieren den, oder wie auch immer das Wort heißt. Das ist jetzt, ja. Slime. Okay. Help. Menschen. Keine Angst, ich bin dein Freund. Mischest du mit mir zu den Ruinen? Geh zu den Ruinen des dunklen Lords. Wir bauen, äh, wir bilden eine Armee und werden alle anderen helfen. Okay. Okay. Wir haben den nächsten. Wir haben jetzt die 3. Genau. Zurück zum Turm. Mal gucken, dass wir hier wieder heil rauskommen. Oha, das war knapp. Verfolgt mich jetzt. Ich geh weg. Ich will heil jetzt wieder zum Turm zurück gehen. Wir haben ja endlich die Folge für heute. Aber wir quatschen vorher noch mit Scarlet. Ist hier jemand? Moment. Das loten wir vorher. Ein Apfel. Ein Apfel. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Bling, 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 bling. Eine Kartoffel. Und eine Karotte. Gut, dann mal schnell wieder weg hier. Gut. Dann in meine Base zurück. Oh, sieht schon schick aus hier. Stark Lords Tower. Stark Lords Tower. Äh, dein Triumph hat Mitglieder zurückgebracht. Kann man dazu sagen. Mitglieder? Warte, was ist hier passiert? Wo ist das ganz Gerumpel her? Nichts außer mein kleines Do-it-yourself. Es... Es sieht wunderbar aus. Dankeschön. Ich werde dich hier rumführen. Es ist noch sperrlich eingekriegt, würde ich mal sagen. Aber jeder... Wir konnten ein paar Räume neu konstruieren. Ich werde dich hier rumführen. Und dein... Und dein Zimmer ist hier geradeaus. Und dann rechts. Okay. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir uns unser Zimmer anschauen, beende ich die Folge. Ich bedanke mich für die Zukunft. Wir sehen uns in der nächsten Folge.